Ja hallo YouTube, Standard Sklam Start heute mit einem neuen Video und zwar heute zeige ich euch einen richtig coolen Trick und zwar wie ihr euch zu euren Kollegen teleportieren könnt. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache, was ihr dafür machen müsst, ist sehr einfach, geht in euer Apartment und guckt erstmal eine Runde Fernsehen und habt ihr den Fernseher in Blickfeld, könnt ihr die Sender nun mit dem linken Stick auswählen. Dafür geht einmal nach links, um in den Spectator Modus eures Freundes zu kommen. Hier in meinem Fall ist es der iCrymax, der mir hierbei hilft und seid ihr im Spectator Modus, denn, oh hier seht ihr ihn auch schon, er ist sich gerade am wichsten ein, aha, okay, das sollte jetzt eigentlich nicht so drin sein, aber egal, ihr seht hier, das ist eine relativ große Entfernung, es würde auf jeden Fall richtig lange dauern, da jetzt extra ein Heli anzufordern und dann da hinzufliegen. Deswegen finde ich diese Variante gar nicht so schlecht, nämlich ihr drückt jetzt einfach Start, geht auf Online und macht GTA Online verlassen. So, nun muss euch euer Kollege einfach wieder einladen und ihr werdet in der Nähe eures Kollegen spawnen und könnt nun gemeinsam Schandtaten betreiben. Natürlich eignet sich dieser Trick auch sehr gut, falls da euer Kollege in Schwierigkeiten mit anderen Spielern kommt, ihr könnt da sehr schnell einschreiben. So hat er euch eingeladen, werdet ihr dann einfach ganz normal wieder reinkommen. Ihr müsst natürlich abwägen, ob die Entfernung wirklich so weit ist, um die Ladezeiten in Kauf zu nehmen oder ob man da doch lieber hinfliegen kann, aber ich empfehle euch wirklich, wenn der am Arsch der Karte ist, könnt ihr diesen Trick anwenden und ihr seid wirklich sehr schnell da und habt nicht sehr viel Arbeit, da aufpassen, wegen hinfliegen und so. Also ist auf jeden Fall eine coole Sache, falls ihr nebenbei noch Fernsehen gucken wollt und nicht die ganze Zeit auf die Straße achten wollt, kann ich das jedem empfehlen. Das war's gewesen. Ich würde mich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Das war's gewesen, Leute. Haut doch im Kopf da hin. Das gewiss ist Ihnen, Alter. Das war's gewesen, Alter. Das war's gewesen, Alter.